Das ist ein afrikanisches Akynophon mit so diesen Blasen, die wir vom Wiki gekriegt standen hier im Wohnzimmer. Ja, so, was denn das für Blasen da drunter sind, so Holzdinger oder so. Oder Kürbisgewächse oder sowas. Und das sind einfach die Klangkörper und das ist aus Holz und das macht ganz schön, ganz warm Holzglanz, ganz schön. Aber es ist halt so, ja, und so und so. Wir haben so viel Zeug. Muss ich die Klappe halten gegen den Film? Wir haben so viel Zeug. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.